ja na wer ist die allgemeine Abwehr René Schermann nicht Prozent war das langweilig Oha jetzt der Witze Weiß-Zahn hihihi Ja weil du hast ja auch gesteckt hast Nee hätt ich nicht gedacht weißt du Boah ist das langweilig so richtig ne wir müssen einfach mal schwer machen und bisher das Einkaufszentrum ist so lange wie übelst verkackt und Jens das ist öde ich hab nicht gedacht dass es so lange leidig wäre vor bin ich gut bei Superkiller äh bei mir schon entfällig habt ihr auch die Rakete gehört ja gar nicht ne äh welche Rakete meinst du denn ja ok das wird jetzt nicht witziger he 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 oh doch nein Pussy oh doch nein Wahnsinn ist das lustig gewesen bisher ist so raus ja toll ihr habt schon alle abgeballert oh Gott oh ihr miesen witziger nein hat keiner gehört riesen witziger hat er gesagt oder ja ich glaub schon ja knall den ab der hat nichts gemacht nichts was denn ja ich hab jetzt extra auf sich geschießt schossen ja er hat nichts gemacht ich falle jetzt jeden zahl mir auch ab auch wenn er nichts macht ey lass mal Hackysack mit dem hier spielen den nehmen wir mit ins Ende flog ja nein ja klar ganz ja nicht boah ist das spannend hier ist Feuermunition oder Brand Munition ja ja toll dass er alle brennt ich nicht ich meine euch nicht ich meine die Zombies das war der Katz muss passen so ihr müsst jetzt runter glaube ich oh ist so wie wärs damit der zwar nichts gemacht hat aber ich hab den abgeballert wow ah jockey danker Sacknaht Sacknaht ey guck mal siehst du auch die Mist fliegen hier oder was ist das ich hör nur was Sacknaht oh oh Tank ja Spannung Alter Scheiße der ist tot oh irgendwie war das jetzt auch schon wieder lame irgendwie schon die Tanks waren auch mal stärker irgendwie schon ja wir hätten da die Feuerkanisterin und abgeschossen waren ich hab gar kein Molotow geworfen was redet ihr sag ey sag ey wir haben schon längste fucking Waffe man ist das öde Mami oh nein der hat nicht mal getroffen ey das ist so langweilig Alter wie die jetzt alle auf Rochelle gehen ja weil mit Rochelle ja wusste ich gar nicht quasi weißt du hau rein Rochelle die lebt die lebt ne das weißt du aber oh ladenach hör auf auf den Dreckslein okay oh ne ey was ist hier drin hör nichts wow oh ne AK wieder aber hier war es auf der Toilette nein kann auch mal ein bisschen schwerer werden hier gehts lang ne hätte ich jetzt nicht gelach ne Wahnsinn ist das schwer bisher Pasi aus hat es richtig gebracht glaubts mir Prozent 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 wenn man das schießt hat mit diesen Raketen oder aus es ist was es auch sein soll Leute sind die Flamme die auch weg was für Flammen Leute 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 die gar nicht ich auch nicht wie kacke es dann bitte sind hier Flammen ja da ich bin grad sich welche gegangen anscheinend ja auch ich hab da auch keine gesehen das ist echt böse seine Dinger abgeschossen ja ich weiß ich hab nur kurz gesehen wie das explodiert ist aber das ist die Klampfer ja ist so boah ey nach einem Schuss echt jetzt ja das ist ein bisschen leim 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 ja das ist ein bisschen leim oh hier sind ein paar wow sauber man kann hier runterfallen gut zu wissen ich bin in den Arsch geschossen meine Fresse ist das schwer ähm so oh sauber jetzt gleich von den Kameln das ist gut weil dann sauber da da man hat sie lauter mal rein damit spannender hey wer war da ah ich brenne was ist ah so muss das überhaupt aktiviert werden damit Hilfe kommt wow oh ey was soll das das ist ein bisschen leichter was soll das das ist das das ist das Incoming ist einfach hä oh hey bist du schlecht ey was soll das schwer ist so ich kann die ganze Zeit auf René drauf danke ich bin da das Incoming war auch mal schwerer als mal ganz ernsthaft ok ich bin schon aufs Dach der geht nur fast tot ja dann wird spannender wo es ist so ah was jetzt so war die Tür zu hat verdammte Scheiße mach wieder das Licht an die Witches glaube ich ja nicht mehr ja toll jemand hatte ich schon alle gesnackt das war Hero Brian ja 100 pro Hero Brian bei der Porte stirbt stirbt sauber übelst gut passieren ja was kann ich hin dazu ich bin gerumpelt und mir keine golfen und mir keine golfen kannst du mir beweisen ist so meinst du davon was du auch nichts hast von ja wer ist gerade gestört wer lagen gerade am Brunner wer ist das letzte Mal 15 Mal gestorben oder so ihr hättet mir helfen können ok und ihr hättet mir gerade auch helfen können ja aber es war kein Tank der dich gekillt hat Idiot wow das haben wir richtig nötig wartet mal muss mich heilen Chrome Shotgun Bitch Mama das tut gut wie krank der gesagt hat das tut gut tschö Waffen ja wenn es halt gut tut hä einfach weitergehen Flo stirb scheiße was hat die denn für Leiden gehabt ey die haben doch immer Leiden die wusste gar nicht wo die hin soll das ist so eiskalt René ich hab was denn er spricht da runter und ich ballert in dem Schädel oh man ich brauche ach du scheiße ach was war das denn sind blöd gelaufen ne was ist hier weiß wo es weiter geht packen ich brauche äh Medizin ja komm hier hoch einfach ich hab Medizin die Wurzeln hab ich ja mit so bleb stehen bleb stehen bleb so stehen ja Baller war ja weiblich tja der Boomer war ja weiblich ja und hatte der Titten das war eine dritte Frau ey man was sind das für Schüsse er hat wohl schlecht geschissen ne ha müssen wir hier runter ja ich glaub schon war hier ein fettes Incoming kommt oder wir müssen auch hier wir sind von da unten gekommen da unten ist auch Muni also wir macht das nochmal richtig spannend ne ne passi halt jetzt rück ich das bitte Alter das ist echt ist das öde Kettensäge oh Gott noch ein Jockey ja natürlich frisst er erstmal 5 eiskalt René eiskalt aaaaah ey das ist viel zu einfach ich ja lass die killen warte 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 ich geh mit der Kettensäge drauf aaaah haaah 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 so ein Schutzraum war der schwer zu erreichen oh ja ja komm rein roh ey du bist ja nicht hier letzte Rettung dumme Idiote ey boah ist das öde ist das langweilig scherz scherz bis hier wird boah 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 ich bin Tänk schlecht so war oh Gott ey ok auf jeden Fall nächste Level schwer ja haben wir gleich schon auf genug gesagt ich bin wünschen ja jetzt nur zum klarstellen ja ich schlafe gleich ein ja ok der war schlecht wenigstens bin ich nicht so kacke wie Rochelle diesen Computer die kann nicht gut sein man ist das langweilig unglaublich ist langweilig und die Armee kümmert sich um uns die Armee kümmert sich um uns oh dann haben wir noch weniger zu tun es könnte jetzt gut oder schlecht sein wo sind noch mehr Medikids alter das ist übel alter richtig viele Medikids was denken die denn denken die wirklich dass wir so scheiße sind bei so einem Level oh ja ok ich verstehe jetzt warum hier so viel ist ok ich rede jetzt mit denen was kommt von der Brücke hey wir sind zu viert hier auf der Brücke ne weiter zu dritt hey ich geb hier grad ne Funknachricht oh oh das wird jetzt gut boah das wird jetzt richtig schwer bestimmt ich hab ne Rohrbombe die werke ich direkt als erstes und ich hab einen Molotow nur das da oben noch gar nichts ist ok René wer frei René kann mal entspannt werden ok ich dachte schon das geht jetzt nicht ich hab irgendwie gedacht sie kommen mehr Zombies ich irgendwie auch aber da kommt sie erst auch 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 was Boa Rochelle ist so dreckig scheiße na heilig woher die Hälister umgesehen hat die Hälister umgesehen ein Passi 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 Keine Angst Halt dich fest Passi ok boah Passi ey alter hier kann man dem Alleingang durch ey sauber viel Spaß bei den Huntern ja das blöde ist hier sind nicht mal welche ich baue mir den Weg oben frei das ist viel einfacher Flo wirst du es echt noch einfacher machen ja einfach drauf mal an ich nehme jetzt die Skaha damit wird es noch schwerer nein nimmt diese sehr komische fette Gewehr wo ist mein Messer sauber dacke Boomer Hohnsack Alter als wenn man so eine Treppe steile Straße hochgehen könnte das ist physikalisch unmöglich nein das ist total schwer Junge ja aber nicht unmöglich ja fast ok die ist gar sauber tschüss Rochelle ne ist gerade da ja deshalb so um Manni scheiße ey ich wollte jetzt ey jetzt sagen ja bloß komm nein ich werde Rochelle retten ich werde sie nicht wie ihr mich immer alleine lassen Keine Angst Rochelle ich bin nicht wie diese Idioten ich rette sie ich rette sie ja jetzt rettest du sie ich habe hier die ganzen Zombies gekühlt und du rettest sie was soll das eigentlich so Rochelle du bist mir was schuldig heils mei ja passi du arschgeigene voll der Solo Gänger die hat doch gesagt ich brauche Hilfe ich komme da nicht mehr hoch ich brauche guck mal wie dumm Rochelle ist lass passi alleine im Ernst Leute das ist echt arschig ja du hast Rochelle auch allein gelassen ich habe doch gesagt ich bin da runtergefallen und komme nicht mehr hoch und jetzt weißt du wie ich mich ganz nett gefühlt habe als er mich am sterben gelassen hat wir sind dadurch ins Ziel gekommen ja und dadurch kommen wir auch ins Ziel wir hätten nämlich richtige Probleme mit denen haben können das ist ein Team kommt man besser durch oh bist ein Tank scheiße ey passi wo bist du eigentlich Flo die Rohbombe war so unnötig nein was sie nicht wir leben doch wow ich wurde von dem Auto erwischt ich hab's gesehen klar ey der geht immer noch auf sich los bo Rene ich fände das so verdient wenn du stirbst ne keiner hätte es verdient wieso ich hab Rochelle geholfen ich ja auch also wär das so verdient weil du jetzt die ganze Zeit so scheiße keiner hätte es verdient außer dir hm oh Alice du wirst so viel oh oh ey Flo hier lang wo lang Flo geht richtig Rochelle nein Rochelle ja René du bist falsch gegangen Fretze mich René Bo Rochelle du bist mir was schuldig ey so hier ist leichter hier ist leichter komm hier geh ich hier lang wenn er mich da runter schmeckt dann gibt's aber der aber auf die Fretze die haben jetzt Angst ey René so Ketten singen okay ich heile Rochelle kurz okay ich hör' aber ich hol' die Zombies so jetzt erstmal nachladen Alter Rochelle fickt dich das war ich das war Flo der nicht angeschaut ich hab' einfach in die Schuhe aber was schön dass du sofort zu jemanden der das gar nicht wahr fickt dich ist Hilfe wo ist die wo ist die oh die ist tot okay du hast sie grad eben abgeschossen ja hier ist glaube ich sicher Raffo ja 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 hey Pasi hey René da oben ist ein Zauberkart du Idiot kannst du mich mal kurz heilen äh ja ey guck mal auf meine Hand oh ich hab' solche Ghetto-Regel hallo wie wär's denn die die mal abknallt boah nee ey nur guck auf meine Hand ja ich kann nicht auf deine Hand gucken wir müssen Rochelle helfen Ringe hör auf Rochelle wir kommen nein die liegt schon wieder ja boah leck mich Rochelle scheiße boah hab die Säcke jetzt voll hier einfach durch waschen Flo einfach durch waschen ich kann nicht ich werd ganz einfach diesen scheiß Fischchen aufgehalten okay ich nehm jetzt alle Drenalin boah lecker sauber hat er sagt er äh ich nehm das sauber bringe das mit uns mit sich scheiße und hat die sich fest die ja du trotz des Malzmaul wir sollten über die Autos gehen also frage ich jetzt sterben okay du wirst nicht stimmen ich kann auch mal wieder was sagen da ist 2 keine Hilfe scheiße kill den danke wie sollen wir dich retten Rochelle rette mich gerade scheiße boah alter Patti warum sagst du nix mehr ahhh oh warte ich weiß es nicht vergiss es wir schauen gleich mal Rochelle komm mal wir lege über die äh ach wir müssen so oder so auf die Teile springen ahhhh alter es könnte jetzt echt knapp werden für mich irgendwie nicht alter alter ist das gefährlich hier ist so oh oh Gott ey schnell oh oh kacke wie viele konnte noch zu leicht das Levelslo oh oh pass oh der Scharcher ist runter gefallen fett halt die Jode Flo level ist zu leicht sagst du ey das hast du auch die ganze Zeit gesagt also halt die Schnauze hey wir müssen das jetzt halten ist so ok ok René ich spring einfach auf die Autos schnell haltet sie unten Hilfe ist hier wo ist Hilfe wie soll wir denn zu dem Heli kommen renn los René renn 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 wir können es schaffen Rochelle auch scheiße scheiße wir können es schaffen René da unten ist ein Tag sauber wie soll wir das denn packen renn renn